Es ist bereits der siebte Streik seit September, ausgerufen von der Lokführergewerkschaft GDL. Schuld aber sei die Bahn. Wenn der Bahnvorstand nach der Methode lebt, wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt zurecht, wie sie mir gefällt, dann können wir das nicht ändern. Aber das heißt noch lange nicht, dass wenn der Bahnvorstand ein Papier auf den Markt wirft, dass das die Einigung zwischen Lokomotivführergewerkschaft und DB ist. Einzig die Privatbahnen wie Flex und die Mittelrheinbahn fahren wie gewohnt.